Endlich die große Freiheit genießen. Kein anderes Urlaubsthema boomt so sehr wie Camping. Aber was ist eigentlich so toll dran? Das wollen wir zusammen rausfinden. Wir gucken uns drei der schönsten Campingplätze in Hessen an und wollen wissen, was sind das eigentlich für Menschen, diese Camper? Wie viel Freiheit gibt es da tatsächlich? Und was kostet eigentlich der ganze Spaß? An meiner Seite ist Pamela, mein 27 Jahre altes Wohnmobilmädchen. Und ich will nämlich wissen, hat sich der Gebrauchtschnäppchenkauf gelohnt? Und vor allem hält sie durch. Das wird ein echtes Abenteuer. Ich bin noch ganz ehrlich ein bisschen aufgeregt, weil sowas habe ich auch noch nicht gemacht. Und machen wir uns auf. Lass uns zusammen das Campingglück finden. Drei Campingplätze in drei Tagen, das ist der Plan. Wir wollen nach Freiensteinau in Osthessen. Dann ganz in den Norden nach Liebenau zum Ponycamping und auf einen schicken Campingplatz in Fischbachtal, tief im Odenwald. Das Tolle ist auch, ich habe gestern schon gemerkt, als ich den Wagen bepackt habe, da geht das Urlaubsgefühl schon los. Also das ist anders als ein Koffer packen, sondern da muss ja alles rein. Habe ich die Töpfe dabei, habe ich Essen dabei? Ich meine, wir wollen auch ganz viel essen gehen, aber ist alles da, habe ich die Heringe eingepackt und so weiter. Und da fängt das schon so an und man baut sich so sein kleines Nest. Und das macht wirklich Spaß. Und ja, ihr merkt es, ich bin aufgeregt. Wir starten am Glauberg in der Wetterau. Unser Ziel für die erste Etappe liegt bei Freiensteinau im Vogelsberg in Osthessen. Hier soll es einen richtig tollen Campingplatz geben, direkt am Niedermoser See. Jetzt gerade fängt mein Urlaub so richtig an. Also ich stehe nicht am Flughafen, sondern der Weg ist jetzt schon der Urlaub. Also ich sitze ja auch hier so ein bisschen höher wie so ein Trucker und dieses Gefühl, dieser Blick, das hat schon sowas von Freiheit. Und ich muss nicht erst am Kofferband anstehen und die ganze Sicherheitskontrolle, sondern das hier, was jetzt passiert, das ist mein Urlaub. Das riecht auch schon nach Urlaub. Nach 42 Kilometern sind Pamela und ich am Ziel. Wir sind da. So. Normalerweise kann man auf dem Campingplatz einfach so hinfahren. Ich habe mich allerdings diesmal überall angemeldet, weil es ist einfach viel los. Wie gesagt, Camping boomt. Der erste Schritt ist erst immer mal zur Anmeldung, mal Hallo sagen. Ich soll mich an die Carmen wenden. Ich bin mal gespannt. Da ist er, der See. Da wird schon gebadet. Da ist Italien doch nicht besser. Wir müssen eine Maske aufsetzen. So, sitz. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin der Friso Richter. Ich habe einen, ich soll mich an die Carmen wenden. Das bin ich. Hallo, Carmen. Hallo. Ich habe einen Platz reserviert. Ja. Passt das alles? Ist alles bereit? Ich schaue mal nach. Kann unser Urlaub anfangen? Die U27 ist reserviert. Das klingt wie eine Untergrundbahn, aber ist schön. Das ist der schönste Platz überhaupt. Unten direkt am Wasser. Hier oben oder unten? Hier oben. Ja. Wie komme ich hin? Wir gucken zusammen auf den Platzplan. Halt mal hier gegen uns. Ist ein bisschen schwierig, ne? Ja, ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Wo sind wir? Seht ihr das so? Ja. Wir sind hier in der Rezeption. Ja. Und dein Platz ist hier unten direkt am Wasser. Alles klar. Dann danke schön. Dann wünsche ich einen schönen Aufenthalt. Ich mache die Schranke auf. Dankeschön. Der Stellplatz für Pamela kostet 9 Euro. Plus 7 Euro für mich als Erwachsenen. Macht also 16 Euro für unsere erste Übernachtung. Und das für so einen Traumplatz direkt am Wasser. Das ist ja irre hier. So. Ich würde mal sagen, mein Hotelzimmer ist da mit mir. Das ist doch Urlaub, oder? Komm, wir sagen mal den Nachbarn hallo. Hallo, darf ich mich mal stören? Hallo. Ich bin der Friso, grüßt euch. Grüß dich. Wo kommt ihr her? Oh, hier aus der näheren Umgebung. Im Vogelsberg. Und hier mal richtig schön Urlaub machen. Richtig, eine Woche. In den Ferien. Was ist das Tolle für euch hier im Niedermosersee? Na ja, du bist direkt in der Natur, direkt am Wasser. Und auch das Chlor. Das ist weg. Also hier ist kein Chlor drin. Und das ist viel besser für die Haut auch. Merkst du das richtig? Ja. Und es ist auch schöner wegen dem Sand, hier ist Strand, hier fühlt man sich eigentlich wie im Urlaub und da wir nicht so gut wegreißen können, gehen wir hier hin, da denkt man, man wäre irgendwo ganz weit weg, ein Fünf-Sterne-Hotel. Also das hier ist schon echt schön. Das ist aber schon kuschelig, ne? Ja. Und das ist Fünf-Sterne? Ja. Und auf geht's in unser Retro-Hotelzimmer. Ist schon ein bisschen älter hier, die Pamela. Aber, die hat nämlich noch eine Besonderheit, das will ich euch mal zeigen. Die ist nämlich ja sehr flach, aber man kann, weil das ja jetzt hier, ihr seht ihr das, ein bisschen eng ist, das Dach hochklappen. Und dann können wir nämlich hier schön Luft reinlassen. Das hier, das wird übrigens nachher noch mein Bett. Bettwäsche habe ich schon da, das zeige ich euch nachher noch. Und jetzt brauchen wir jetzt mal ganz, ganz wichtig Strom. Und das ist hiermit das Wichtigste. Das ist unser Stromkabel. Das habe ich von meinem Elektrorasenmäher mitgenommen. Wichtig ist nur, dass man halt die richtigen Steckverbindungen dafür hat. Sonst ist man hier nämlich aufgeschmissen. So, Pamela, jetzt gibt's Saft. Das ist hauptsächlich sehr, sehr wichtig für den Kühlschrank. Der Kühlschrank, der ist zwar ganz toll, der läuft auch auf Gas tatsächlich. Also hätte ich auch nicht gedacht. Aber, so um ein bisschen Ruhe zu haben, ist das hier doch tatsächlich besser mit Strom. Da kann man auch vielleicht mal sein Handy aufladen. Wobei, das braucht man ja eigentlich kaum im Urlaub. Guck, ach, da muss ich hin. Und hier ist dann eine Steckdose frei für mich. Guck, und da kommt jetzt der Stecker zum. Der passt nämlich so einer genau da rein. War bei Pamela aber alles schon dabei. So, Kühlschrank läuft. Heißer Sommer, kühle Getränke. Kann losgehen. Nur noch schnell die Außenterrasse aufbauen und schon ist mein Ferienhaus am See perfekt. Ah. Das ist schon irre. Ich meine, ich bin jetzt wirklich nur eine halbe Stunde gefahren. Und das ist gleich eine andere Welt. Also dieses, ich kann es nur betonen, das Urlaubsgefühl, das stellt sich sofort ein. Und jetzt erst mal ein schönes vegetarisches Würstchen. Ah. Oh. Der Campingplatz hier am Niedermoser See hat 460 Stellplätze für Dauercamper und 150 für die Kurzurlauber. Das ist ja abgefahren. Ich habe gehört, das wäre voll der Trend jetzt. Diese Dachboxen. Das kleinste. Hi, kann ich euch mal kurz stören? Ja. Ich bin Friso, grüßt euch. Hallo. Das ist der Trend gerade, oder? Ich glaube schon. Aber ich habe das auch noch nicht so oft gesehen, um ehrlich zu sein. Und hier sind wir anscheinend auch das Highlight. Jeder stoppt, jeder Dritte stoppt und fragt, ob das denn überhaupt zwei Personen aushält. Wie ist es da nachts drin? Kalt tatsächlich. Also wir frieren doch ziemlich sehr da drin. Ja, auf jeden Fall, wenn man das macht. Dürfen wir mal reingucken? Ja, klar, gerne. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir aufbauen. Ich habe das Zelt noch, eh man aufbauen. Ähm. Ich mache es noch von innen. Und da kann man richtig reinkriechen. Da kann man richtig reinkriechen. Mach mal vor einmal. Geht das? Ja. Wie schläft sich das da drin? Super bequem. Alleine wahrscheinlich sowieso. Und zu zweit, wenn man sich angenehm zusammenkuscheln kann, dann, und das einen nicht stört, dann auf jeden Fall auch. Der Ausblick ist super. Ja, schön auf dem See. Was kostet sowas? Was kostet sowas? Wie heißt das? Wie heißt du? Mira. Und? Payman. Ich bin Payman. Okay. Ja, cool. Dann euch noch eine schöne Zeit hier auf jeden Fall. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich auch. Ich glaube, ist keiner da, aber ich mache mir auch immer Gedanken, was man so isst beim Campen. Aber was es bei denen so gibt, ist wohl klar, oder? Chips. Für jeden Tag eine Tüte. 1, 2, 3, 4, 5. Die bleiben fünf Nächte. Hier sind so ein bisschen die Dauercamper, glaube ich. Hallo. Oh. Hallo. Ich bin der Friso vom HR. Darf ich euch kurz stören? Ja, hallo. Guten Tag. Wer seid ihr denn alle? Lioba. Lioba? Ich bin der Opa. Und der Lioba, der Werner. Der Werner? Ich bin die Anita, die Oma. Das Baby heißt? Toni. Toni. Und du? Ich bin Katrin. Ich bin der Tobias. Hallo. Ihr kommt genau richtig. Wir sind gestern fertig geworden. Echt jetzt? Ja. Und warum seid ihr Dauercamper geworden? Ich weiß es nicht. Weil es einfach toll ist. Weil die Kinder hier happy sind. Und wenn unsere Kinder glücklich sind, dann sind wir es auch. Aber Problem weniger, ne? Ja. Also ich hätte Stein und Bein gesporen, dass ich nie campen gehe. Und dann kam mein Mann. Und dann kam der Wohnwagen. Und dann kam die Liebe zum Campen. Hast du das geplant? So ein bisschen sie zu überreden. Also ich glaube, ich hatte schon immer so Ambitionen Richtung Campen. Also wir haben auch zu Hause einen wunderschönen Garten alles. Aber das ist was anderes am Campingplatz. Da kommt man her. Da guckt man morgens auf den See. Das kann man tatsächlich von dieser Höhe hier machen. Es ist einfach irgendwie was anderes. Und was macht ihr beruflich? Ich bin Feuerwehrmann. Das erklärt aber auch, dass er direkt am Grill sitzt, oder? Und ich muss die ganze Zeit hier sitzen bleiben. Ich darf nichts anderes machen. Dürfen wir mal gucken, habt ihr das selber gebaut? Ja, natürlich. Aber du kannst das besser zeigen als ich. Ja, sehr gerne. Gut, das ist ja ziemlich klein. Das ist unser Esszimmer jetzt einfach. Wollen wir mal reingehen? Ja, bitte. Mal gucken. Hier doch. Und den Süßigkeiten-Schrank, den muss man unbedingt haben. Also da ist immer was drin. Hab ich auch. Ich hab auch so ein Fach, das ist voll mit Chips und allen anderen. Genau, also das war mit zuerst gefüllt. Ne, Maus? Das brauchen wir immer. Dürfen wir mal in euren Kühlschrank gucken? Klar, der ist aber auch durcheinander. Ja, ich muss ja ein bisschen dazulernen, was man so braucht als Camper. Oh, auch alles süßig. Oh, Mama, ich bin da. Aber Gemüse, ihr müsst unten das Gemüse fachen. Ach, unten Gemüse? Und sonst? Ach guck, oben ist das Bier. Ah ja. Genau, aber ganz oben ist der Alkoholfrei. Dürfen wir auch einmal in euren Camper gucken? Ja. Sind das beides eure Camper hier? Also das ist ja unser ... Also das ist ja ... Lukas, das ist Scheibe. Ja, wir müssen auch die Vögel draufkleben. Hast du dir wehgetan, Lukas? Nein, es geht. Ich war schon sehr durchsichtig. Das ist halt unser Wohnwagen, der jetzt eben nur noch zum Schlafen da ist. Und das ist unser Sohn, der Große, der sich da gerade versteckt. Das ist der Leo. Hallo, Leo. Wie viele Leute können hier drin schlafen? Also hier könnten schon fünf Leute auch dran schlafen. Also wir schlafen zu zweit da hinten, Tobi und ich. Hier schläft Leoba, da schläft der Leo. Die haben Betten getauscht. Und hier schläft jetzt momentan der Toni in der Babytrage. Darf ich fragen, was sowas kostet? Habt ihr es neu oder gebraucht gekauft? Den Wohnwagen haben wir neu gekauft. Also der hat jetzt glaube ich 15.000 Euro gekostet. Und die Hütte hat wahrscheinlich das Gleiche gekostet. Mann, das ist ja richtig klasse hier bei euch. Und der Nachwuchs lernt auch schon das Campen. Das ist wunderbar. Der hat Nacht auch gut geschlafen. Der ist der Toni. Der muss jetzt mal früh gemacht werden. Der ist der Toni. Ich glaube, er hat wirklich das Camping-Lück hier gefunden. Danke, dass wir mal gucken konnten. Ja, sehr gerne. Und euch eine schöne Zeit hier am Niedermoser See. Ja, danke. Dankeschön, euch auch noch viel Spaß. Danke, tschau. Tschüss. Tschüss. Wie ist das Wasser? Super. Du kannst gerne mal reinkommen. Mach ich noch. Ich komm gleich noch. So ein bisschen arbeiten. Die Suche nach dem Glück ist auch Arbeit, oder? Boah, Lukas. Was ein Schmuckstück. Ein Sonnendach. Ob da jemand da ist? Hallo. Hallo. Hi. Dürfen wir mal kurz stören? Ja, klar. Hi, ich bin Friso. Ich bin auf der Suche nach einem Camping-Glück. Ja, Camping-Glück ist hier. Wie heißt du? Ich bin der Stefan. Wo kommst du her? Ich komme aus Frankfurt. Irgendwie kommen alle hier aus der Nähe. Das ist echt spannend. Ja, ist ja gut. Was ist das für ein Wahnsinns ... Also erst mal Auto? Ja, das ist eine Ente. Zwei CV. Baujahr 86. Ja, nachdem ich als junger Erwachsener gefahren bin, wollte ich irgendwann mal wieder so was zurückholen, was man so in der Jugend und dem junger Erwachsensein hat. Und dann habe ich mir die Ente gegönnt. Das ist beim Camping auch ein bisschen ähnlich, oder? Camping und so zurück in die Vergangenheit. Eigentlich schon. Ja, klar. Aber was ist denn das? Du bist Dauercamper, oder? Ich bin Dauercamper, ja. Ich bin schon seit über 50 Jahren hier am Platz. Gibt es denn überhaupt schon so lange den Platz? Ja, ja, den gibt es schon eine Weile. Ja, hier war ja sogar mal Elvis Presley gewesen. Ach Quatsch. Ja, der war mal hier, hat mal hier gekämmt, hat sich hier auf dem Weg verirrt und irgendwo hier oben gezeltet. Nee, über 50. Dürfen wir da mal reingucken? Ja, klar, sicher. Ja, du mal rein. Das hast du jetzt aber nicht selbst gebaut. Bett, Hochbett habe ich selbst gebaut. Den Wagen selbst haben wir aus Münster. Da gibt es eine Bauwagenmanufaktur. In Westfalen? In Westfalen, genau. Das ist ja ein Traum hier, sag mal. Ja, nachdem wir halt so lange schon hier am Platz waren, vorhin hatten wir einen alten kleinen Wohnwagen. Der war auch schon aus Baujahr 67, 69. Vorletztes Jahr haben wir gesagt, jetzt müssen wir es richtig machen. Weil hier oben ist auch Wintercamping eigentlich ganz schön. Okay. Und mit dem alten Wohnwagen war es halt dann immer schwer zu heizen. Den hat man freitags angefangen aufzuheizen und sonntags war er warm. Was bezahlst du hier, wenn du ein Jahr lang stehst? Das sind rund 1000 Euro. Okay. Hier geht es noch weiter? Ja, ja. Da geht es in den Vorbau. Klar, ich mache euch auf. Ich habe halt überall jetzt gerade so ein bisschen die Rollos. So gemacht, damit es nicht so heiß wird. Oh, hier lässt sich das leben. Ja, so einer, ich denke mal mit dem Panorama macht sogar Küchenarbeit Spaß. Guck mal hier. Und selbst wenn das Wetter mal schlecht ist, was es hier eigentlich nicht gibt, kann man hier gemütlich chillen und fühlt sich ganz wohl. Du hast gesagt, als du gesagt hast, wir sind auf der Suche nach einem Campingglück. Hier haben wir es gefunden. Was ist für dich das Campingglück? Ähm, absolute Entspannung. Die Menschen hier auf dem Platz sind teilweise sogar Jugendfreunde noch von mir, also als ich noch so ganz klein war. Das sind alles ehrliche, ganz nachhaltige Leute. Da geht es nicht um, wer was hat, wer was ist, sondern hier wird einfach ehrlich miteinander umgegangen. Hier kann man sich darauf verlassen, dass die Leute hilfsbereit sind, dass man abends auch mal nett zusammensitzen kann und kann Spaß haben. Auch wenn im Moment vielleicht die Zeiten ein bisschen heftiger sind. Mein Lieber, vielen Dank, dass wir mal gucken konnten. Ja, sehr gerne. Und viel, viel Freude und Glück weiterhin hier. Ja, werden wir haben. Danke dir. Euch auch alles Gute. Guck, unser anderer Nachbar ist da. Hallo Nachbar. Hallo. Sag mal, ich bin der Friso, hallo. Hallo, Wolfgang. Wolfgang, wo kommst du her? Ich komme aus Klungsborn, Ostseebad Klungsborn. Du kommst von der Ostsee? Ja. Hier an den Niedermosersee. Du hast doch den Urlaub vor der Tür. Was machst du denn hier? Ja, puh, das ist mal ein Tapetenwechsel. Ostsee hat man jeden Tag, das sieht man jeden Tag und das ist mal was anderes. Ist auch schön hier. Und was ist besser, Ostsee oder Niedermosersee? Die Gegend ist schön hier. Ja, ne? Bergig, aber einwandfrei. Du hast ja hier, gehört das alles zu dir? Ja, das ist alles unser. Fahrräder, ein Roller, ein Boot. Genau. Und hier einen eigenen Fahnenmast. Wie, der hast du auch mobil mit hier? Ja, ja. Genau. Alles selbst gebaut. Also so ein bisschen Schraube locker ist da auch, ne? Ja, ja. Genau. Das ist so als Camper, oder? Bitte? Das ist so als Camper. Das ist so, genau. Dürfen wir einmal reingucken bei dir? Ja, natürlich warum nicht. Du hast doch schon so eine ganz entspannte Art, nicht? Ja. Der sieht doch richtig schick aus. Ich werfe mal einen Blick rein. Ja, ich kann gerne mal reingucken. Ach, und bei dir kann man das Bett runterklappen, ne? Ja, da ist auch ein Bett noch drin. Kannst du das mal zeigen, wie das geht? Ja, gar kein Problem. Deswegen hast du nämlich so viel Stehhöhe, ne? Wir können hier auch aufmachen. Dann ziehst du. Da haben wir auch mal unseren Enkel mit. Und ein Boot hast du auch? Ein Boot hab ich auch, ja. Ein Kajak. Die kann man schön paddeln. Wir waren gestern das erste Mal hier auf dem See. Darf ich mir das mal ausleihen? Ja, warum nicht? Echt jetzt? Ja. Wir dürfen eine Runde mal drehen auf dem See? Ja. Dankeschön, dann machen wir das noch. Der Mann und der See. Oh, ist das kalt. Alter, Friso. Stopp mal, stopp mal, stopp mal. Oh, 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 oh. Boote kann man hier auch direkt an der Surfschule ausleihen. Und man kann natürlich baden. Wie kalt ist es, was willst du sagen? Es geht. Wenn man erst mal drin ist, ist es okay. An manchen Stellen ist es wärmer. An manchen Stellen. Alles klar. Danke dir. Guck mal, hier. Tretboote gibt's auch. Ach, die kennen wir doch noch. Ach, ihr seid ja auch unterwegs. Was kostet das? 5 Euro die halbe Stunde. Ach. Super, oder? Ja. Viel Spaß. Ich auch. 5 Euro die halbe Stunde. Du kannst doch nichts sagen. Und ich muss dich hier durch die Gegend paddeln. Weißt du, was auch doof ist? Wenn du dann noch einen Kumpel hast, der dich ständig immer nass macht. Ah, hör auf! Ganz klar, der See ist hier das absolute Highlight. Aber da gibt's noch was. Fast direkt neben dem Campingplatz liegt der Freizeitpark Vulkan. Das war ein Teil, oder? Das Tolle ist, man muss hier keinen Eintritt bezahlen, sondern man bezahlt für jede Attraktion einzeln. Wie auf der Kirmes. Also den darf ich leider nicht fahren. Aber was anderes halt, ne? Ja, Mini-Golf kann jeder. Das hier ist Pit-Pot. Also eine Mischung aus Mini-Golf und Billiard. Gibt's insgesamt neun Bahnen von. Ich hab's noch nie gespielt. Aber ich glaub, das ist echt was für jeden. Och Mann, ey! Yippie! Nimm die Tante Bella mit. Komm mal her! Hey, ich bin der Friso. Wer bist du? Ich bin die Melanie. Sind das deine Kinder? Eine. Die mit dem schönen blauen Overall da. Kannst du das hier empfehlen? Ja, also wir sind zum ersten Mal. Ich lauf grad zum ersten Mal in meinem Leben hier durch. Natürlich, ich find's ganz schön. Ich find's vor allem schön, dass nicht so viel los ist. Noch, noch? Noch, noch. Wie find's los? Ich find's auch super. Grad die Tiere, wenn man so füttern kann, find ich toll. Streichelst du, haben wir noch gar nicht gesehen. Lukas, müssen wir noch hin. Danke euch! Ciao! Hallo! Hi! Na? Guck mal, da ist Schwein dahinten. Ich liebe Schweine, ne? Das hat doch ungefähr die gleiche Figur wie ich. Mitten in der Walachei, Disc Golf. Oder wie man in Hessen auch sagt, mitten im Geräusch. Tatsächlich eine Anlage, Mini-Golf, aber mit Scheiben. Und dann muss man versuchen, in diese Körbe gegen die Ketten zu werfen. Zurück auf den Campingplatz zu Pamela. Das ist schon irre, ne? Diese Ruhe jetzt auch, wenn das so... So, Leute. Was wird das denn? Könnt ihr mal ein bisschen was essen? Wie? Besteckt euch! Das ist ja nett, dankeschön! Habt ihr Besteck mit? Nee, ne? Doch, Besteck habe ich. Danke schön! Das ist voll lieb von euch. Danke! Guck mal hier! Guck mal, da muss ich heute gar nichts kochen, du! Das ist ja nett! Ich habe nachhaltiges Bambus-Besteck gekauft. Das ist mehrfach verwendbar. Es sieht saustumpf aus. Och, geht aber. Naja. Hier, super! Danke! Hi, Friso! Na, dir schmeckt schon! Daniel, hi! Grüß dich! Das ist der Daniel. Ich habe ein bisschen was mir mitgebracht hier. Super! Aus der Region ein paar Bierchen. Danke schön! Danke, danke! Das ist der Daniel, das ist der Chef hier vom Campingplatz. Schätzt dich? Ja, mach ich. Er hat gesagt, er will unbedingt mal vorbeikommen, wenn wir schon mal hier sind. Ja. Und ich habe gehört, das ist ein ... ... 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 ein richtiger Familienbetrieb hier. Ja, das stimmt. Also, mein Großvater hat den Platz ja gegründet vor 66 Jahren. Mein Vater hat ihn dann übernommen irgendwann. Und vor acht Jahren sind mein Bruder und ich dann eingestiegen. Meine Mutter ist auch natürlich immer noch ... Alle richtiger Familienbetrieb? Komplett, genau. Das kommt schon ziemlich gut an. Das ist ja richtig voll bei euch, ne? Ja, das stimmt. Eine Geschichte, ich habe heute gehört, Elvis war hier. Elvis war hier. 58 muss das gewesen sein. Und zwar war das so, wir haben hier eine Dame, die ist schon ewige Zeiten zu Gast. Die hat gezeltet mit ihrem Freund, der war sogar Amerikaner. Und sie kam morgens aus ihrem Zelt raus, ne? So ganz ... zieht den Reißverschluss hoch. Und da sagt sie, du Schatz, du wirst es nicht glauben, aber Elvis steht gerade vor der Tür. Ja, und dann war es tatsächlich so. Die US Army, Elvis war ja nicht so weit hier entfernt, die hatten hier ein Manöver veranstaltet. Und er hatte sich wohl verlaufen mit seinem Sergeant. Und ist dann ein bisschen hier geblieben und hat tatsächlich bei meinem Opa dann auch ein Bierchen oder eine Cola gekauft. Und hat die nicht mit D-Mark bezahlt, sondern mit einem Dollar. Nee. Also hier ist noch der Dollar, One Dollar. Da darf ich? Ja klar. Klebt noch der Handschweiß von Elvis dran. Das ist ein Scherz jetzt, oder? Nee, nee. Die Geschichte ist ... Ja, das ist so, wirklich. Also sonst würde ich jetzt nicht so einen Dollar aufheben. Es gibt Leute, die würden dran lutschen. Wir lassen das mal. Ja, lieber nicht. Wahnsinn. Ja, was eine Geschichte. Auf euch und auf den See. Ja, gerne. Prost. Dann wird es langsam Abend am Niedermoser See. So ihr Lieben, ich wollte euch ja noch sagen, wie man bei Pamela sein Bett macht. Das ist nämlich ganz schön aus dieser schönen kleinen gemütlichen Sitzrunde, die übrigens ganz viele Wohnmobile auch haben. Einfach den Tisch eben kurz runter machen. Zack. Dann kommen die Betten hier rein. Beziehungsweise die Polster, die zum Bett werden. Ich werde es mir jetzt mal gemütlich machen. Morgen geht es dann weiter nach Nordhessen. Gute Nacht. Ich habe geschlafen, wie ein Bär in seiner Höhle. Am Morgen brechen wir schon früh auf, denn wir müssen ganz in den Norden. 180 Kilometer geht es vom Niedermoser See zum Ponycamping nach Liebenau. Na toll, es regnet. Ich bin mal gespannt, wie das wird bei dem Wetter. Und Pamela ist auch nicht gerade die schnellste. Also die Pamela, die hat ja nur 74 PS. Und das merkt man natürlich schon. Also so Autobahn mit 100, bisschen Steigung. Da geht es auch schon mal runter auf 60. Es ist ziemlich laut, aber so ist es halt. 74 PS, 3,2 Tonnen. So, hier müssen wir mal runter. Denn auf uns warten bereits 100 Ponys. So. Hier muss es sein. Ponyhof. Für die ganz Doofen wie mich. Ich sehe aber noch keine Ponys. Ah, Campingplatz. Auf die Idee muss man doch erst mal kommen, einen Ponyhof mit einem Campingplatz zu verbinden. Das gibt es ja nicht. Ah, guck mal hier. Das sieht schon süß aus, die kleinen Pferde mit den kleinen Kindern oben drauf. So. Ich habe mich angemeldet, ich darf direkt zum Campingplatz durchfahren. Den suchen wir uns jetzt mal aus. Es ist nämlich noch ein bisschen Platz da. Das ist ein Familienbetrieb hier. Das sind eigentlich Landwirte. Und in den Ferien haben sie hier zusätzlich diesen Campingbetrieb mit Ponyhof. Also die sind richtig schwer am Arbeiten. Aber das ist so. Boah, guck mal, wie schön das hier ist. Ah, hier. Nehmen wir sie rein. Wir sind da. Oh, guck mal, was ein tolles Tal hier. Was für ein Blick. Urlaub in Nordhessen. Yeah! Oh, guck mal. Pamela ist einen Fingernagel abgebrochen. Die Radkappe. Eigentlich ist da eine Radkappe drauf. Die liegt jetzt irgendwo auf der Autobahn zwischen Nord- und Südhessen. Wenn jemand die findet, einfach eine Mail an hessencamper.hr.de. Aber egal, wir haben Urlaub. So teuer sind die auch nicht. Auf geht's. Was ganz witzig ist, der Ponycampingplatz liegt in Liebenau-Zwergen. In dem Ort wohnen gerade mal 400 Menschen. Der Campingplatz hat aber noch mal 250 Stellplätze obendrauf. Da wird's voll auf dem Platz. Hi, wer seid ihr denn? Das ist die Pia, ich bin die Pia. Das ist die bei Tina. Das ist Abby. Wer ist das? Abby. So kleine Pferde gibt es. Also da ist das. Das sind noch Ponys. Das sind also Pflege-Ponys. Die kann man, wenn man zwei Wochen hat. Oder mehr. Wie, ihr habt ein eigenes Pflege-Pony jetzt? Ja, aber wenn man zwei Wochen hier bleibt, dann kriegt ihr so ein. Das ist alles eigentlich ihrs, nur wir kümmern uns nicht. Das reitet ihr aber nicht drauf? Nein. Das ist nur ein Pflege-Pony. Das muss man führen und pflegen. Ich hab extra, ich hab den mal gekauft und wusste bis heute nicht, wofür. Für diesen einen Moment. Denn jetzt geht's in die Reitstunde. Hallo. Hallo. Ich such die Solveig. Solveig, da hinten. Hallo. Hallo. Boah, ist ja das schöne Pferd. Guck mal, wie das hier aussieht. Das ist doch wie bei Bibi und Tina, oder? Und ich mittendrin. Hi. Hi. Na? Ich bin Solveig. Ja, ich bin Solveig. Ich hab ne Reiterstunde bei dir. Mhm. Ich bin gespannt. Muss ich irgendwas beachten? Ähm, ist das deine Ausrüstung für heute? Das ist meine Ausrüstung, ja. Dann halt mal ganz kurz. Wir nehmen schon mal Kontakt zum Tier auf. Wir können hier auch ... Wir werden beste Freunde, glaube ich, heute. Das ist schon mal mehr Schutz für Perle. Und für dich haben wir jetzt hier ... Perle ist das? Das ist die Perle, genau. Hatte ich noch gar nicht vorgestellt. Verzeihung, Perle. Die ist aber wirklich sehr lieb. Da kann mir ja nichts passieren. Eins, zwei, drei. Sehr gut. Du gehörst aber nicht zur Familie. Nee, ich war selber früher Camperin hier. Ja. Und ähm ... Alles gut? Ja, ja, ja. Ja, ich war früher selber Camperin hier. Und so nach zehn Jahren Campingurlaub wurde ich dann gefragt, ob ich nicht auch mal hier arbeiten möchte. Und ja. Da bist du richtig hängen geblieben. Und das ... Ist das mit inklusive? Das Reiten ist mit inklusive, genau. Also morgens gibt's ein Ponyreiten für Kinder, die noch keine Reiterfahrung haben. Für die Mitreiterfahrung haben wir Ausritte. Und für Erwachsene ohne Reiterfahrung haben wir abends immer so ein Schnupperreiten. Das ist ja super. Genau. Und ansonsten ... Und was ist das hier rechts? Das rechts ist unser Wasserspielplatz. Dahinter ist das Mühlrad. Das wirbelt das Wasser immer so ein bisschen auf. Und dann kann man da im Wasser schön spielen. Ja, genau. Hier ist der Spielplatz von der Birkenwiese. Wir haben noch auf dem Berg einen Spielplatz. Immer gut besucht von allen Kindern. Wie viele Kinder gibt's denn hier in den Ferien? Ihr habt nur in den Ferien auf, ne? Genau. In den Ferien von Hessen, Niedersachsen und NRW. Jetzt durch die Corona-Zeit haben wir die Bayern- und Baden-Württemberg-Ferien im Sommer auch noch dazu genommen. Aber sonst sind wir so ... So ungefähr beim Ponyreiten morgens hatten wir schon einmal 180 Kinder. Das war schon eine Nummer. 180 Kinder? Genau. Ihr habt aber auch viele Dauercamper hier, ne? Ja, meistens natürlich Familien mit Kindern. Aber wir haben auch Dauercamper hier, die mit ihren Kindern hier angefangen haben und das dann nicht hier loslassen konnten. Das ist unser Infoschrank. Da ist mal das Tagesprogramm. Links für Erwachsene, rechts für die Kinder. Heute war zum Beispiel eine Ponywanderung. Das ist ein geführter Ausritt für alle Kinder, die noch zu unsicher sind, um alleine ins Gelände zu gehen. So wie ich im Prinzip. Genau, ich mache mit dir auch keine Ponywanderung. Okay, aber das ist ganz normal. Also Eltern und Erwachsene, also hier kann jeder mit reiten. Genau, hier kann jeder mit reiten. Also wir sagen zu keinem Nein und wir haben für jeden eine Chance. Wir haben auch ganz viele Gäste, die immer sagen, hier trauen sich dann wieder nach 30 Jahren mal wieder aufs Pferd zu gehen oder wenn Leute mal irgendwie unsicher sich fühlen, dann finden die, es ist hier so ohne Zwang und ohne Hemmung. Ich muss sagen, ich fühle mich wirklich total sicher hier. Das ist schön. Nee, das ist echt klasse. Danke dir erstmal. Ja, bitteschön. Das ist eine Perle. Vielen, vielen Dank. Hat's so gut gemacht. Eine ganz feine Lose. Die ist ja wirklich eine tiefenentspannte. Ja, die ist tiefenentspannt. Das gibt's ja nicht. Nee. Das ist doch jetzt wie in so einem Werbefilm. Ey, guck dir das an. Hey, wer bist du denn? Ida. Ida. Ida? Ja. Bist du das erste Mal mit einem Pferd im Wasser? Das sieht nicht ganz so aus. Nein. Ich glaube, es macht einem Pferd wirklich Spaß hier. Das ist auch für die Eltern ganz gut. Weil da wird das Kind und das Pferd gleichzeitig sauber. Guck mal, da kommt sie zurück. Flusspferde. Aber mal ganz ehrlich, da sieht man schon, wie man hier in Hessen echt glücklich werden kann. Freiheit, Glück, das ist hier schon der Knaller. Das Glück der Erde liegt also tatsächlich auf dem Rücken der Pferde. Und auf dem Campingplatz. Ich habe noch einen Tipp bekommen. Also es ist ja so, es gibt viele normale Camper hier, aber eben auch die Dauercamper. Und ein paar Leute haben sich hier auch was gebaut. Und das ist die Nele und ihr Papa und die Mama auch. Ich weiß mal nicht, wer da ist. Hallo. Hallo. Dürfen wir mal reinkommen? Gerne. Gerne. Machst du die Tür wieder zu? Hier gibt es Hunde. Die Hunde tun nichts. Die Hunde tun nichts. Nein, die springen nur. Die wollen nur spielen. Genau. Wir auch. Hey. Na. Och, das sind aber hübsche Hunde. Ja. Was habt ihr euch denn hier gebaut? Das ist ja ein Traum. Wie heißt sie überhaupt? Wir sind die Familie Deutsch. Leider nur ein Teil. Der Rest kommt morgen. Mutti fehlt noch. Genau. Du bist Nele? Ja. Und du bist? Der Eckhardt. Dürfen wir mal reinkommen? Das sieht ja sehr, sehr kuschelig aus. Wie lange habt ihr denn daran gebaut? Ich hab den Ausbau gemacht. Ja. Das Grundprodukt hab ich gekauft. Und hab dann die Küche und alle Ausbauten gemacht. Das sieht richtig fantastisch aus. Das Teil ist zum Rausziehen. Das kann man reinziehen? Wenn man's bewegen möchte, kann man den kompletten Eckhardt reinziehen. Und dann kann man Abmarsch. Darf ich da mal reingucken, Eckhardt? Gerne. Das ist unsere Toilette mit Porta-Potti. Eckhardt, ist das noch Camping? Jetzt muss ich ja ein bisschen streng sein. Ja, Luxus-Camping. Wie oft seid ihr hier? Diesen Sommer sind wir einmal richtig lange da. So oft, wie es geht. Für alle Kinder oder Familien, die noch nicht hier waren, warum muss man hier hinkommen? Was denkst du? Erstens findet man hier sehr gute Freunde. Also, ich hab hier Verbindungen. Das gibt es zu Hause so jetzt, würde ich sagen, nicht. Und natürlich wegen den Ponys. Und das Campen, das macht auch sehr viel Spaß. Also, man fühlt sich hier sehr wohl und auch gut aufgehoben. Ich wünsch euch erst mal eine tolle Saison hier noch. Danke. So langsam kriege ich aber auch echt mal Hunger. Rein ins Ponyhof-Restaurant. Oh! Oh! Mit Melone. Dann wünsche ich Ihnen noch einen guten Appetit. Lassen Sie es schmecken. Danke schön, danke. Boah, Lukas. Das sind nicht irgendwie so Fertigschnitze, sondern die werden hier wirklich noch selber gekloppt. Komm, mit Schinken und Sauce Hollandaise. Die handgekloppte Schnitzel-Explosion mit Pommes und Salat kostet ehrliche 14,20 Euro. Tada! Das hier ist das Badezimmer von der Pamela. Das wollte ich euch gerne noch zeigen. Ist eigentlich ein ziemlich schön großes Waschbecken. Und hier oben, das kann man rausziehen. Und dann kann man hier auch rein theoretisch duschen. Leider, sie ist ja schon 27 Jahre alt. Die Duschwanne hat einen Riss. Das müsste ich nur mal reparieren. Deswegen geht das nicht. Was aber geht, ist das Klo. Einfach Waschbecken hochklappen. Ist aber auch eher so ein Notbehelf. Ist auch gar nicht so wichtig, weil die meisten Campingplätze oder eigentlich fast alle haben sehr, sehr schöne Waschhäuser. Und die gucken wir uns jetzt mal an. Das ist schon toll hier. Also hier oben sind überall die Toiletten. Und jetzt gibt es hier eine Besonderheit. Die gibt es eben nicht auf jedem Campingplatz. Familienkabinen. Das heißt, hier kann die ganze Familie rein. Tür zu. Hier gibt es ein Klo. Hier gibt es eine Dusche. Hier gibt es ein Waschbecken. Man ist für sich. Brauche ich nicht. Deswegen geht es für uns hier unten weiter. Und das ist auch wirklich besonders. Hier hat man einzelne Waschplätze. Und hier, hier haben wir die Duschkabinen. Die gibt es eigentlich so oder anders auf jedem Campingplatz. Entweder man bezahlt mit 50 Cent oder mit Duschmarken. Manchmal ist es auch inklusive. Und hier haben wir eine Karte. Und jetzt probieren wir die Dusche mal aus. Ah, wie zu Hause. Und ab ins Bett. Denn der nächste Morgen ruft schon. Die Nacht hat übrigens 24 Euro für den Stellplatz von Pemmela gekostet. Und 13 Euro für mich. Also insgesamt 47 Euro. Dafür sind die Ausritte mit den Pferden und Ponys inklusive. Für uns geht es jetzt erstmal komplett durch Hessen. Richtung Odenwald. Nächstes Ziel. Fischbachtal. So, wir sind fast da. An unserem dritten Campingplatz. 530 Kilometer hat die Pemmela bis jetzt durchgehalten. Ich finde, sie schlägt sich sehr, sehr tapfer, mein Mädchen. Ja, lohnt sich der Gebrauchtkauf? Ganz ehrlich, ich kann es euch noch nicht richtig beantworten. Weil es hängt schon davon ab, wie oft man sowas benutzt. Die Pemmela, nur wenn sie vor der Tür steht, kostet alleine Steuern und Versicherungen 100 Euro im Monat. Und da ist natürlich die Frage, wie oft kann man sowas dann tatsächlich benutzen? Muss jeder für sich selber herausfinden. Was ich aber sagen kann, ist auf jeden Fall, es ist schon wirklich sehr, sehr cool. Man hat sein eigenes Hotelzimmer ja ständig dabei. Es ist so eingerichtet, wie man es gerne hätte. Alles ist dabei. Und im Prinzip steht bei mir wirklich der Urlaub sozusagen ja vor der Tür. Man kann jederzeit losfahren. Ist halt die Frage, ob man die Zeit dafür hat. Aber bis jetzt bin ich sehr, sehr zufrieden. Und das Mädchen schlägt sich einfach gut. Und ich hab sie schon ziemlich in mein Herz eingeschlossen. Da sind wir. Und da ist er, der Campingplatz Odenwald-Idyll. Mit über 200 Stellplätzen liegt er direkt am Fuße von Schloss Lichtenberg. Bei dem Wetter hat man manchmal auch Glück. Da ist nämlich nicht so viel los. Und dann darf man hier direkt an den See. Und spätestens jetzt weiß ich, was Odenwald-Idyll bedeutet. Und genau hier gibt es eine Sache, die ist perfekt für alle, die das mit dem Camping einfach mal ausprobieren wollen. Wir sind mit Lothar verabredet. Er schmeißt zusammen mit seiner Frau den Campingplatz. Lothar? Das ist es. Das ist das Glamping. Das ist Glamping, ja. Das bedeutet Glamour-Camping sozusagen. Ja, so was ganz Feines. Einfach Camping, Camping-Gefühl, aber trotzdem so fast wie zu Hause. Willst du mal reingucken? Ja, ja. Habe ich so noch nie gesehen. Boah. Vier Platten. Und komplett alles ausgestattet, oder? Ja, komplett. Darf? Töpfe darf? Töpfe ist alles komplett für fünf Personen. Man sieht hier drüben auch Tassen, Gläser, Teller. Nur Bettwäsche muss man mitbringen. Bettwäsche muss man mitbringen. Also nobles Camping hier im Odenwald. Richtig nobles Camping, ja. Für wie viele Leute ist das? Ich sehe eins, zwei ... Maximal fünf. Fünf Leute. Perfekt für die Familie. Ja. Was kostet die Nacht? In der Hauptsaison inklusive drei Personen 76 Euro. Kann man ja eigentlich nicht sagen. Guck mal hier. Komplette Dusche mit Regendusche oben, ne? Ja, eine Regendusche ist auch noch dabei. So was habe ich nicht zu Hause. Hast du selber schon mal hier drin übernachtet? Nein, nein. Wie noch nie? Nee, ich wollte immer, aber die waren immer vermietet dann. Jetzt steht es ja gerade frei, ne? Was sind das so für Menschen, die hier zu euch kommen? Ach, die sind aus allen Schichten. Das sind Leute, die sich diesen Urlaub wirklich schwer am Mund absparen. Für eine Woche. Ich meine, sechs, siebzig Euro mal sieben. Mit Reinigung bist du auch bei 500 Euro. Und dann gibt es Leute, die kommen hier sogar zwei, drei Mal im Jahr. Mal ein Wochenende oder auch eine ganze Woche. Jetzt war jemand da, 17 Tage. Lothar, danke, dass wir gucken konnten, ne? Ja, kein Thema. Und das hier ist übrigens das eigentliche Highlight. Der Naturbadesee. Den gibt es schon fast 100 Jahre. Das Wasser kommt aus mehreren kleinen Quellen, direkt aus dem Wald. Wer hier baden und wie ich mit seinem Wohnmobil stehen will, bezahlt 16 Euro pro Nacht. Perfekt, um so ein bisschen runterzukommen hier, oder? Da sind sie. Hier gibt es nämlich Alpakas. Och, guck mal, sind die süß. Hallo. Hallo. Darf man die streicheln? Entschuldigung. Ich bin der Friso, hallo. Hi. Ich entdecke gerade hessische Campingplätze. Wer bist du? Ich bin die Anja, hallo. Anja, sind das deine? Ja. Mein Stiefvater, genau. Das ist die Greta. Gell, Maus. Das ist der kleine Mambo. Darf man die mal streicheln? Ja, immer am Hals am besten. Am Kopf mögen sie es mich so. Bei uns hier die Salsa ist eine ganz Liebe. Die kann man hier schön streicheln, die große, schwarze. Die brechen mich jetzt aber nicht an, oder? Nein, einfach so. Ohne Grund nicht. Ist das ein Gerücht, oder was? Sie können schon spucken, aber nur wenn man sie ärgert oder gegenseitig spucken sie sich auch mal an, wenn sie einfach ein bisschen zicken. Aber ansonsten nicht. Ich habe gehört, man kann mit euch hier wandern gehen. Ist das richtig? Ja, genau. Was kostet sowas, wenn man hier auf dem Campingplatz ist? Ja, es kommt auch an, wie lang wir unterwegs sind. Wir sind meistens so 90 Minuten unterwegs und 25 Euro pro Person. Okay. Und dann kommt man nochmal so... Genau, jeder darf Alpaka führen. Was ist so das Tolle daran? Ja, das Schöne ist, die Tiere, die strahlen so eine Ruhe aus und da wird man sofort angesteckt. Sie laufen auch nicht schnell. Das heißt, wir sind da wirklich gemütlich unterwegs und... Ein bisschen verfressen sind sie schon, ne? Ja, auf jeden Fall. Und du sagst, sie sind so ein bisschen gemütlicher, das sieht grad nicht so aus. Auf jeden Fall verfressen, ja. Sie ist schon sehr süß, oder? Ja, dann wünsche ich dir eine schöne Saison erstmal. Dankeschön. Aber echt guter Tipp hier. Wenn man mal nicht alleine spazieren gehen würde... Ja, dann nimmt man Alpaka mit. Ja. Das ist mal was anderes als so ein Hündchen, ne? Tschüss. Mach's gut. Tschüss. So. Kochen können wir bei der Pamela natürlich auch. Schön nach zweiflammiger Gas her. Das funktioniert doch alles noch. Ich bin leider kein großer Koch, deswegen gibt's heute für uns nur Spaghetti. Aber... Ist auch schön, oder? Kommt ein bisschen der Italien-Flair hier hin. Das war's auch schon leider mit unserer kleinen Camping-Tour. Lass uns mal zusammen ein Fazit ziehen. Wir wollten wissen, was sind das für Menschen, diese Camper? Ich muss euch sagen, so nette Menschen hab ich selten kennengelernt. Die teilen mit dir, die sind einfach offen, die nehmen dich so wie du bist. Du kannst auch rumlaufen wie du bist. Geht einfach, ne? Wir wollten wissen, wie teuer ist der ganze Spaß? Es ist bezahlbar, es ist sicherlich nicht unbedingt billiger als ein anderer Urlaub. Aber wenn man das oft betreibt, dann wird's wahrscheinlich auch langsam, langsam günstiger. Hoffe ich auf jeden Fall. Und wir wollten wissen, wie viel Freiheit gibt's überhaupt. Und das ist echt so ein Ding. Ich find, die Freiheit, die gibt es definitiv beim Camping. Es sind diese kleinen Momente, Momente wie dieser, wo man einfach mal runterkommt. Und es ist auch ganz besonders wichtig, es sind die Momente, wo du merkst, dass du gar nicht so viel brauchst, um glücklich zu sein. Es reichen die billig Spaghetti, es reicht ein bisschen Bier und man hat einen schönen Abend, oder? Wenn ihr Kritik oder Anregungen habt, dann schreibt mir gerne an hessencamper.hr.de. Und ich hoffe, wir sehen uns mal irgendwann auf einem anderen Campingplatz wieder. Bis dahin. Wir chillen jetzt etwas. Hat euch unsere Doku gefallen? Dann könnt ihr hier gleich weitere spannende Dokumentationen von unserem Kanal anschauen. Und hier haben wir weitere Videos zum Thema. Und wenn euch Marktcheck gefällt, dann könnt ihr uns sehr gerne hier abonnieren. Bis zum nächsten Mal.